Wir wenden administrative Bestrafung. Was will man machen? Nimm sich da nur auf, gell? Pamela, 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 Pamela. Das hab ich nicht von dir gedacht. So ne Blamage! Helb mir! Helb mir! Oh mein Gott, helb mir! Oh mein Gott, ich bin ein Vater! Ich bin ein Bagger, hallo! Uuuuuh, lieber Jörg! Raus bitte! Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary. Natürlich mit eurem Sony-Styles-Gaming. Ja, und wir spielen diesmal kein Black Ops Motherfucker Spiel, sondern wir spielen jetzt Battlefield 3 einfach, weil ich jetzt Bock auf dieses Spiel habe. Es ist mehr realistisch wie Black Ops 2. Ja, und natürlich ist das ein Just-for-Fun-Video. Und natürlich habe ich zwei Gäste parat, die stellen sich mal vor. Ein paar kenne, glaube ich, schon die Spieler, aber trotzdem stellt euch es nochmal vor, bitte. Ja, ich fang mal an. Ich bin der Milk, ich kenne mich schon, ich will gar nicht groß wie du herreden. Wir zocken jetzt Benzvi 3, fertig, aus. Und Schluss, vorbei, und los. Ja, und ich bin der Flo, aka Akkivertum. Ja, lauf schon mal bei einem Video dabei und fertig. Oh, fuck. Und zwar, ähm, es geht einfach nur generell, ja, das Thema ist jetzt egal, aber... Ja, wenn euch die Videos gefällt, ist kein Problem. Aber, wie gesagt, ähm, ihr schickt mir so viele Fragen und Antworten. Und ich kann im Moment ja nicht viele beantworten. Warum? Weil ich nebenher auch was machen muss. Also, ich bin nicht so wie manche Leute, so dicker, fetter Pro-Gamer, spielt den ganzen Tag nur BF3 und so. Und sowas bruche ich eigentlich nicht. Aber so. Ich spiele einfach just vor allem, wenn ich Lust habe und Freundschaft anfrage, wenn ihr mich addet oder so, bitte schreibt eben im Kommentar, wer ihr seid oder so. Nicht einfach missadden und sagen, ja, komm, ich zocke oder ja und das und das. Und, ja, Nick ist wieder kurz vom Ausrasten. Nein. Nein, nur ganz geschält. Ja, ähm, ja, hier sind wieder ein paar Pro-Gamer am Start, wo wir da killen, äh, wieder rumcampen. So. Das sind keine Pro-Gamer, das sind alles Noobs. Na. Sind froh, wenn's... Mann ey! Bin mal froh, wenn's Noobs mal unterwegs sind. Ey, das wird der, das vielleicht... Ja, nicht nur du. Ahem. Ja, komm, wir eben. Mann. Ey, ich bin heute allem der. Wund so, ne, ey. Schreckt man das gar nicht. Standard teils. Rief hier, will ich, oder? FC Bayern-Sterne, Mann, äh. Ja, klar. Mit einer Sniper. Oder was ist vor? Hüpfen da rum, ey. Mö. Ach, Mensch. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. der Kugel entdeckt nur drei Löffel nicht mehr in die Kaffee nehmen natürlich nicht mehr und nicht verraten meine Fresse alter ist st auch wenn er mich schon wieder so kurz alle Leute meinen Werfer zu im Grunde so in die Woche ab könnte man da vor dem ich mein Werfer momentan mit dem Motivieren auch gott das war eine der zwei drei Leute mein Charakter ist dumm zum Hauptsäule jetzt jetzt du bist auch die mögliche ja ja von mir so unfassbar wird es wieder wieder nein ich bin was das spiel starten man weiß schon was ich meine das liegt vorne und dann werde ich wieder wieder nicht ich habe mir natürlich nicht die quote lesen ja auch nicht oder? Nö. Ups. Fuck, Baby, wieder voll rum. Ja, will er mich messen oder so, Lappin, ey. Warum hab ich noch immer die M23-Kerwelle, ey? Eine Ahnung, ich hab mich gerade eben ausprobiert, wo ich die Schwierigkeit gespielt hab. Campte deine Ecke, Idiot. Den krieg ich jetzt. Nicht. Jetzt soll ich eigentlich mal Medik dabei haben. Ach, da ist ich wohl dann. Das versteh ich einfach nicht, wenn man spawnen kann. LKD hab ich jetzt. 7 zu 2, G7 zu 3 jetzt. Boah, ja, richtig schlimm, ey. Komm, komm, wir reden mal über Fußball. Weil der Tobi kommt ja nicht so sehr auf ein Thema. Samstag, die Fribokal-Finale ohne Dante und ohne Luis Gustavo wegen der Binderten. Oh nein, ey, ey. Oh. Oh, da befürchte ich, dass das Stuttgart 6-0 oder so gewinnen wird. Oh, richtig, ey. Schwierig, ohne Dante geht gar nichts, ey. Das ist echt, ey, boah, Alter. Das, 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 boah, ey, der Harnik, der schießt euch ab, Mann. Glaub mir, Mann. Du kannst jetzt nächstes Jahr auch noch Meister. Das geht alles. Wir reden doch grad über ein Thema. Ja, mein Gott, mach keinen Stress. Wir reden über Fußball. Mach das. Werte für eine Schalke 04. Ne, Bayern, aber lass mal. Auch. Zwei Werte für eine Schalke 04. Und alle dort nur noch Szenen da draußen, die die Videos von Sony Styles Gaming gucken. Du bist weiter BVB. Du bist weiter BVB. Genau, ja. Also, das fickt euch. Fickt euch. Genau, wenn du mich jetzt killst, bist du tot. Mach dein Wortspiel. Leute, was halten Sie davon, dass Claudio Pizarro zu Schalke 04 wechseln könnte? Was halten Sie davon? Nein, der kann schön mal bei einem bleiben. Nö, 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 der kann schön zu Schalke gehen, mit einem Verfahren zusammenzocken. Ne, weil, Dau bleibt schlimm, dritter Stimme in München. Nö, 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 nö. Fünfter Stimme oder so. Nö, nö. 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 Ich leere denkt, warum es geht. Er spielt mit Dau, ey, was ist ein Hurensohn, ey, richtiger Mongo, ey. So, wie dafür, dass es dein Channel ist, enthältst du dich aber gar nicht schön viel mit uns. Hallo und herzlich willkommen, Leute, bei German Camper Gaming HD! Ach, leck mich zum Arsch! Oh mein Gott! Wir holen für dich ein paar Abos. Leute, abonnieren, favorisieren, pekononieren, spitzieren, spazieren gehen, alles machen, was mit ihr beginnt. Alles müsst ihr machen. Und Sony Style Gaming, hallo, hallo, hallo! Und ihr müsst ihn abonnieren! Wie gesagt, im letzten Video habe ich ja gesagt, wenn sie eben keine Lust haben auf die Videos, sollte sie jemand anders ärgern. Auf so einen Scheiter wie keine Zeit. Und bitte die Videos bis liken! Äh, liken! Ah, Gott, zack, dann noch mal. Favorisieren nicht vergessen. Mann! Willst du mir empfehlen? Opfer! Meine Fress, dieses Dumme rumgehopst, es geht mal so für den Keks! Das nennt man auch Bunny Hoppen. Nein, ey. Bunny Hoppen, feststellen. Das ist echt so, ey. Mein Controller ist schon wieder fast kaputt, die rechte Hülle, die rechte Außenhülle ist wieder geschädigt. Guckt wieder halb raus. So. Alles nur wegen Fieber 13, Drecks Game hoch 10, ey. Also mein Fieber 13 ist kaputt. Nein! Ganz hinter, ganz hinter rum kommt, äh, einer mit L-L-L-L-96. Nick, pass auf. Ich bin grad tot. Ich gehe dir. Mein Idiot. Ich denke, der kann mich killen. Dann wäre ich von hinten gekillt, ey. Dann würde ich von hinten gekillt, ey. Dann würde ich bei uns. Meine Fresse, immer diese... ...dass die Hülle sind. Also irgendwie... Also irgendwie haben wir heute echt paar welche Leute im Team ohne Scheiß, die schlafen. Weil ich keine Rückdeckung, nix. Also... Wow, ich kriege wieder tausende Punkte. Was hast du denn für ne... Was hast du für ne... Was hast du für ne... Was hast du für ne... Wie viele Filme hast du, Tobi? Ah, du bist gestorben. Warte, ich helfe dir. Nicht, nicht... Da haupt einer im Zaun, nee. Wie deinem Ex rumhockt und denkt, der kann campen. Tschüss. Oh mein Gott, da war einer. Der denkt auch gleich, dass er nicht killen kann. Und der auch. Mann, für den Kill Claude. Hey, hier sind deine Google. Lol. Hä? Spielpackt. Ich hab 0% Leben und leb immer noch. Fail. Ja. floor. Lass uns zusammen singen. Scheiße, BVB. Scheiße, BVB. Scheiße, BVB. Scheiße, 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 BVB. Und ihr werdet nicht liegen. Der B-Sieg für S04. Du, 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 du... Nein, scheiße, 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 scheiße... Nee, piss dich... Verpisst euch mal, versperrt mir, das ist ja so toll seid ihr! Fünf Leute, versperr mir den Weg und davon waren zwei Gegner, oder was? Ja, jetzt kann ich nicht helfen? Du kannst nicht 3er... Ich kann nicht helfen, habt ihr das für eine Scheiße? Man! mein Name ist heute auch richtig nice also ich finde genau ich finde generell die Maps eigentlich sehr eigentlich sehr nice aber es gibt auch ein paar Maps ich finde total über will gar nicht übersichtlicher so dann gewöhnen wenn wieder blieben will dann ist er weg oh, geh weg, lass mich durch wo kommt denn der Gegner? Es sind gleich da ich weiß nicht was ist heute los ich bin heute irgendwie nicht so gespräßig aber sonst bin ich eigentlich in den Labertau wo die Fresse jeden Tag aufmacht, egal ey, warum werden sie schießen, dieser scheiß Türke ey so, hier versteht's auch nicht hin da Oberhocker wieder zwei Stück, ey geht gar nicht, ey unser Son scheiß die vier, ey oh, alter man, 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 man man, der... zu blöd zum scheißen, alter wir alles alleine machen sterb doch jetzt anchor wir haben doch so einen Spaß, wie wir rein ja, komm, wie der weiß nur, komm du bist nicht so cool wie Sony Styles gaming, gleiche wo, wo Sony Styles gaming, wo? Hier, das ist das Spiel, du denkst! Oh mein Gott! Ja, Mann! Alter! Alter! Also, ich kann... Wie gesagt, ich kann eins sagen... Ich kann eins sagen und... Also, ich würd eventuell vielleicht mir Battlefield 4 zulegen und das auch Let's Play die Kompagne. Aber, pff, sonst hab ich eigentlich nicht irgendwas Großartiges zu berichten. Macht das, weil Battlefield 4 Kampagne wird angeblich laut den Entwicklern verbessert und wird besser. Aber ich glaub daran noch nicht, weil ich glaube, dass die Kampagne genauso schlimm wird, wie die ganzen anderen davor auch. Interessiert uns schon die Kampagne, ey. Eben, wir sind Multiplayer... Oder wie heißt das? Multi... Multi... Egal. Multiplayer-Spieler. Äh... Nein, das meine ich nicht, das hätt ich dir gesagt. Wie gesagt, also generell, äh, sag mal's mal so... Oh, legt, tut schon wieder einer rumcampen. Ich find generell einfach nur... Man muss ja... Man muss ja generell, ähm... Sagen wir mal... Theoretisch, äh, die Kampagne interessiert mich mehr als die Multiplayer. Der Multiplayer hab ich ja auch später angefangen, wo ich die Kampagne durchgezockt hab. Natürlich nicht Skletz-Platon so generell. Also was passiert denn schon ein, bitteschön, ähm, Multiplayer-Kampagne? So. Ich spiel's mal einmal zu, und du warst dann. Ich spiel's nur wegen Trophäen durch. Ich spiel's nur wegen Trophäen durch. Was hab ich davon nur nicht, scheiß Kampagne spielen, nicht? Ey, warum müssen alle mit C4 spielen? Die Behinderten... Mann, du Hurensohn! E-Mail, tschüss. Hey, der eine ist nicht genug, es wieder drin. Mensch, ich weiß den Namen nicht mehr so... Mann! Also im Moment... Ey, 3-Taste spackt, ich kann nicht mehr rennen, ey. Mh, viele haben mich auch gefragt, warum ich, ähm, in... Ja, Metro, ein paar Videos, ich weiß ja... Es kommen ja ein paar Szenen, hab ich mitbekommen und die werd ich eventuell zensieren. Warum? Ganz einfach. Es gibt das Szene bei Metro Last Liked, äh, wie sag' wir mal, so... Pornografie oder so mäßig, und ja, wenn das YouTube ihr bis seht und so... Nein, ich weiß nicht. Lach nicht so, es ist so! Ich lach nicht, ich lach gar nicht, ich lach schon so... Hä? Ich lach nicht. Nein, lach nicht. Nein, war ich nicht. Ne, aber die du... Lach nicht, 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 nicht die Pornografie raus, nein. Die Pornografie ist cool. Hier, du kannst meinen, meinen Score als Infizieren, da... Wo? Hier, der oberste Score als ich von mir, meine, meine, meine Kumpelkarte ist tot. Fünfmal, sechsmal, sechsmal. Ich hab sogar noch eine Zweier KD, wow. Ich nicht. Na, das braucht man schlechter als meine gesamte KD, also... Tobi, du musst mal gucken, wie du Punkte hast. Oh, jesus Gott, ich krieg nur so abzweißen. Ich hab grad nur ein 9000 bekommen. 12.000, 12.444 von 20.000 oder sowas. Nur ein großer Schritt zum Ende. Wenn dann 22... Ja, stell 22.000 drauf, geht. Jo, ähm... Wollt ihr noch irgendwas... Wollt ihr noch irgendwas sagen, großartig, bevor ich's, ähm, hier beende? Irgendwas? Ja, warte, warte... Ja, ja, mach mir. Eins, zwei, drei... Scheiby-Zo-B. Ja, einfach mir. Scheiby-Zo-B. 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 Oh, mein Gott.